hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge kingdoms reborn ja wir haben letztes mal geschafft dass unsere häuser auf die stufe die stufe 7 schon erreicht haben wir schon das vorletzten mal erreicht und wir haben jetzt schon vorbereitet dass wir jetzt demnächst diese häuser auf die stufe 8 bringen damit wir dann die möglichkeit haben die ausstellungshalle beizuschalten so ich habe auch mal so ein bisschen herumgeguckt vorher mal also wir haben jetzt noch eine aus der stufe 6 der rest ist alle stufe 7 häuser hier in lollectown und gucken wir mal wie es jetzt weiter läuft so wir brauchen ja neue luxusgüter dazu brauchen wir den uhrmacher und danach müssen wir den verbesserungsbaum doch den heute kurz höher gehen um dann das weiter zu errichten so hier müsst ihr mir endlich mal das fertig machen da will ich noch gefärbten baumwollstoff nämlich haben so was sagen wir dann zur nahrung nahrung gibt es jetzt ganz gut es läuft jetzt gut aus hier habe ich irgendwie noch gar keine tiere drin warum auch immer so jetzt sind tiere drinnen beton wie viel beton haben wir denn jetzt mittlerweile aber guck mal dann können wir mal den mal drei errichten sehr gut ich noch mal auf drei ich will erst mal keine weiteren haben wir haben schon jetzt schon wieder mehr als wir vertragen können hat deine stadt verlassen der reporter starsteller sind wahrscheinlich nicht so glücklich mit hier na gut ich habe jetzt auch wirklich gar kein platz mehr wo soll ich denn noch leute reinbringen hier könnte ich jetzt noch mal einmal aufbauen eine runde wie es scheint gut machen wir jetzt auch noch mal weil das reicht jetzt auch da nicht mehr ne jawohl wir können hier nochmal aufstellen und können daneben dann noch mal was auf ne ach oh man total neben der spur gerade und jetzt bräuchte ich runter ziehen auf jeden fall noch meine erst mal das theater das ist ja mal ein ein bisschen größer als der ganze rest wo haben wir denn das theater da haben wir das theater nämlich also ist das passt dann hier nichts mehr zusammen hin ja komm bauen wir mal nach dahin dann brüchten wir eine kleine taverne ja die macht sich eigentlich ganz gut die nimmt das ding dann auch mit und dann brauchen wir noch mal eine bank eine bank eine bank hier haben wir diese auch guck mal direkt daneben könnte man die errichten gut sehr schön so ein haus passt jetzt hier nicht mehr leider hin könnte man dann hier noch ach genau dann machen wir das mal ganz anders dann habe ich nur hier noch zwei lager am ende was das ganze kommt ist ja da kostet mich nicht viel die taverne kostet mich viel noch die bank ist recht günstig hier bauen wir euch noch schnell die häuser auf bei 145.000 ist das jetzt bei weitem nicht so schlimm ne so wollstoff haben wir ja und wir wollten dann noch wollstoff anbauen genau hier bauen wir dann auch noch wolle an das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr weiter so ich würde gerne mal ein bisschen die kohle auch mehr produziert und dass wir hier noch mal auch stein besitzen wir auch erstmal an mass das sieht doch schön aus das sieht schön aus so hier haben wir auch die straße dann brauchen wir mal eine steinstraße hier irgendwo nö lohnt sich nur hier doch hier lohnt sich nochmal die taverne wird einmal abgetrennt hier lohnt sich das jetzt nicht gerade die lager lasse ich mal die mache ich nochmal fix fertig so dann bauen wir hier das nochmal fix auf und dann sind die häuser auch erst mal fertig das sind wir für 1160 menschen kann nicht sein achso doch in einer anderen stadt ach zwei steht dazu mann heute sitzt aber der frosch ganz schön tief 10 häuser ich glaube noch nicht alle haben den kamin wir haben jetzt alle den kamin doch es hat gepasst für alle jetzt ist ja auch die stoffe jetzt auch noch ein bisschen weniger geworden also das heizmaterial wir haben hier genügend cannabis und die produzieren ihre eigenen beiden luxusgüter das ist schon mal schön wie sieht es hier aus das cannabis müsste eigentlich ja ja sehr schön also hier sieht es auch ganz gut dass nur dieser möbel es wird irgendwie nix einfach die zu viel brauchen und irgendwie kriege ich das nicht hin dass die genug produzieren so du kriegst jetzt erstmal noch das damit wir weniger davon haben und warum habe ich jetzt keine wo sind denn jetzt die arbeiter wo sind denn jetzt die arbeiter das ist schon farbstoff farbstoff haben wir jetzt ja auch erst angefangen genau wir besitzen noch keinen farbstoff das müsste jetzt dann erst mit dieses jahr geerntet werden so wie sieht denn das aus wir könnten auf jeden fall hier hinaus ziehend noch weitere felder anbringen was sieht das hier kann ich das weg machen da ist aber gar nichts naja wenn wir jetzt gerade dann überlegen ob wir hier nicht noch ein paar felder dann hinansetzen ja ich müsste mal sehen was die produktion bringt aber guck mal ja könnte man eigentlich noch bis hierhin alles mit farbstoff also nochmal drei felder eins zwei 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 farbstoff farbstoff und farbstoff deswegen ist ja auch noch nichts drinnen weil wir hier keine ne da ist ja keine baum ach genau baumwanne haben wir ja auch noch gar nicht angebaut die sind ja jetzt auch hier gerade mal das kommt ja auch noch erst ha naja hier bringen wir die baumwohle recht jetzt ich will nicht dort ist leider schon eine stadt entstanden hier könnte ich noch ein paar kleine felder hinsetzen für baumwohle ist die frage lohnt sich das denn hier oh hallo hallo ja ja es könnte sich schon recht stark lohnen hm 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 wollte ich jetzt hier nicht schon wieder alles kaputt machen wollte deswegen so wir haben das geschafft jetzt wollen wir noch den uhrmacher uhrmacher ja nein das wollen wir das andere nicht so wir haben einen uhrmacher den uhrmacher könnten wir jetzt eigentlich dann auch mal mit hier um errichten ne guck mal es passt so richtig schön daneben nehmen ja würde sonst 20.000 jetzt nochmal die priorität hier nach oben äh ja gut ja sowieso aber so ja ha tschuldigung so ähm überspringen universal karte fertig hm 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 so mit den uhrmacher kriegen wir dann das zweite luxusgut hin das ist nur die frage dafür auch alles da haben da läuft schon mal das beton schon da die ziegel habe ich auch gleich da so wir könnten ja mal gucken dass wir wieder ein bisschen geht uns hineinbringen weil wir ja genügend kleidung haben na verkaufen wir mal komm machen wir einfach jetzt fix so so handeln uh falsche richtung und dann nehmen wir hier auch das ganze nochmal und handeln so dann war wieder über 200.000 das ist doch mal was feines so dann nehmen wir den noch wir haben zig universalkarten produzieren weiterhin die nachhaltigkeitsbücher das ist sehr schön wie sieht das bei uns mit dem weinen eigentlich auch oh sehr schön sehr schön also luxus besitzen sie auf jeden fall mehr als genug genug jetzt kommt auch die erste baumwolle wir wollen dann mal das hier noch ein bisschen erweitern dass die produktion sich erhöht und dann kriegen wir 72 gefärbten baumwollstoff bei 31 baumwolle ich habe jetzt da unten noch mehr farbstoff gemacht was aber eigentlich das nicht unbedingt sinnvoll gewesen war weil ich sonst hätte mehr baumwollfelder aber wir haben eh eine menge arbeiter wieder schon leute die keine wohnung haben verdammt 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 und dann haben wir auch schon einen Uhrmacher ich möchte gerne dass du das hast du draufs Glas und Gold sagst du 36 36, 21, 12. Damit können wir auf jeden Fall eine Menge damit erreichen. Wie sieht es denn mit Stahl bei uns aus? Nahrung, okay, jetzt wird die Nahrung schon wieder knapp. Aber gut, es ist Mitte her. Das kriegen wir dann schon hin. Wo wir jetzt genügend... Brot, doch Brot haben wir jetzt eine ganze Menge. Ja, Milch geht jetzt, aber Milch wird auch nochmal abgeführt. Fisch, Pilze. Vielleicht sieht jetzt nicht so viel aus. Okay, gut. Wir bauen erstmal noch einen zweiten Uhrmacher, damit ich genügend Uhren habe dann. Einen zweiten Uhrmacher auf jeden Fall bauen. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Fleisch, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Wildfleisch, na gut, ist nicht so. Schwein und Lamm ist jetzt mäßig. Wo wir eine riesige Anzahl von Tieren haben. So, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen runtergehen. Kriegst du den nochmal? Soll ich mal mir überlegen. Also Weintrauben ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mich ein bisschen stört ist. Ach genau. Ich bin noch ein Spinner. Ich hätte aber ein paar andere Saaten erforschen sollen. Dann hätte ich dann die Möglichkeit, dass die zum Beispiel noch mehr verschiedene Nahrungsquellen sozusagen auftun. Also ich könnte jetzt erstmal da weitergehen. Oder aber ich sage, wir erforschen das jetzt. Dazu brauche ich die tausend. So. Okay, also die beiden Sachen kann ich danach machen. So, werde ich den noch machen. Weil jetzt kann ich erstmal Blaubeeren herrichten. Sehr schön. Jetzt könnte ich sozusagen also gucken, wo wir noch schönen Felder haben. Ja, hier wollten wir ja noch Wein errichten, hatten wir ja gesagt. Ich würde hier auch jetzt sagen, wir errichten ab nächstem Jahr hier Blaubeeren. Jetzt nicht so. Jetzt hier was errichte, weiß ich nicht, ob ich noch genügend Nähe habe sozusagen dafür. Hier hätten wir auch noch die Möglichkeit für ein paar Felder. 4x16. Die Shift-Taste vergessen zu drücken. 4x16. 4x16. Hier mal 16. Und Sehr schön. Blaubeeren. Wenn wir jetzt ein paar Blaubeeren hineinbringen. Sehr schön. Muss ich jetzt aber nicht beeilen. Also Nahrung, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt eine Produktion von 25.000 und haben jetzt einen höheren Verbrauch. Müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt ein bisschen noch wieder höher bringen. Das könnte dann doch schon ein bisschen arg knapp sein. So warte mal. Den können wir jetzt erstmal mal erhöhen. Dann haben wir nochmal eine höhere Produktion. Dann können wir vielleicht langsam. Uh, Taschenohren. Sehr schön. Hier haben wir ja Kakao. Die Kakao-Felder laufen mehr als gut. Ist die Frage. Sollten wir hier oben vielleicht. Ne, um wollte ich jetzt nicht mehr weiter hingehen. Das wollte ich mir jetzt eigentlich so ein bisschen erhalten. Diesen Bereich. Für, ja, Forstwirtschaft zum Beispiel. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo könnte ich mich denn noch hinbewegen für Nahrung? Hm. Könnten wir jetzt langsam mal hier rumhischen. Und hier dann die Nahrung anbauen. Die Frage ist nur, in welchen Bereich gehen wir dann. Ja, hier haben wir jetzt noch nicht so viel Fleisch. Mal schauen. Wir haben Schweinefleisch und Lammfleisch. Dann werden wir hier wohl mal nochmal ein bisschen Schweine- und Schaffarmen aufbauen. Würde ich mal meinen. Weil wir haben hier... So. Würde ich sagen. Hier errichten. Hier dann eine Schweinefarm. Machen wir erstmal vier Schweinefarmen dahin. Damit war dann auch genügend. So. Hier. Und ein Frei. Genau. Das ist klar. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. So. Haus ist zu weit weg. Ne, gut. Ist ja kein Problem. Wir können ja hier gleich noch ein paar Häuser mal errichten. Ähm. Passt so. Eins frei. Ne, gut. Geht jetzt nicht. Aber wir können hier schon mal sein. Und jetzt müsste das Haus schon wieder erreichbar sein. Sehr gut. Binde ich mehr als gut. So. Errichten wir mal hier noch fix die Straße. Und nehmen wir dann noch diese Straße. Sehr gut. Sehr schön. Hier haben wir dann den Anschluss an den Weg hier. Und dann bauen wir euch mal hier hin. Und. Sehr gut. So kostet mir nochmal. Ja. 10.000. Das ist okay. So. Das sind 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. Wir wollen hier gleich mal die Tiere voll auffüllen. Dann haben wir nochmal vier Schweinefarmen. So. Hier auch nochmal auffüllen. Das gefällt mir. So. Na ja. Brauchen wir jetzt erstmal nichts weiter. Ich würde mir überlegen vielleicht auch nochmal gleich zu sagen vier Schaffarmen. Aber dann müsste ich jetzt schauen. Wie sieht das hier aus mit Häusern. Mache ich das wie drüben einfach. Also ich sage ich errichte hier so ein, zwei Häuser. Drei Häuser. Die dann sozusagen hier auch gleich mit sind. Genau. Verbessern wir auch gleich. Und dann könnte ich hier drunter nämlich nochmal fünf Schaffarmen erstellen. Klar. Ich habe jetzt eine verdammte Produktion. Aber ich will halt auch ein bisschen. Die produzieren jetzt nur Milch oder produzieren die auch Fleisch? Das ist jetzt halt die Frage. Die produzieren halt alles. Die produzieren 75 Rindfleisch. 1.35 Milch. Wo ist denn euer Fleisch? Ist es Lamm? Wild? Wild? Lieber? Weil wir euch noch nicht aufgefüllt haben. Daran könnte es liegen. Ach komm. Ich werde auf jeden Fall nochmal. Genau. Ich nehme nochmal vier Rinder farmen. Das ist dann doch ein bisschen. Ich bin nicht schon wieder Schafe. Machen wir hier unten noch ein paar Rinder hin. Einmal. Zweimal. So. Oh. Gut. Dann gibt es vielleicht nur zwei meiner Rinder farm. Oder? Kann ich hier oben noch eine hinsetzen? Oh. Passt. So. Sehr schön. Sehr schön. Dann wie gehabt. Wir kaufen mal ein paar Tierschens. Zu weit weg vom Lager. Ist ja kein Problem. Errichten wir eben nochmal ein paar Lagerplätze. Wir sind ja sowieso schon wieder bald am Limit. Dann könnten wir auch ruhig nochmal ein paar Lagerhäuser bauen. Hier haben wir eigentlich mal einen Platz dafür. Hier können wir nochmal eins hinbauen. Und hier unten haben wir auch mal die Möglichkeit zwei zu errichten. Sehr schön. Und da richten wir auch jetzt hier gleich noch die Steinstraße. Ha. Herrlich. So sieht es gut aus. So. Ähm. Komm. Ich will euch fix fertig bauen. Damit wir hier unsere Ruhe haben. Ja. So muss das. So. Dann überwachen wir das Ganze mal. Wie das sich jetzt entwickelt. Ja. Guck mal. Da kommen auch schon die ersten Rindfleischstücke hinein. Du hast zu wenig Eingangsressourcen. Von welcher Art denn? Ich glaube die Milch ist zu wenig, ne? Nee, Milch müsstest du genug haben. Ist der Kakao schon wieder aufgebraucht? Nein, ist auch da alles. Ist doch alles da. So. Wie viel Beton haben wir denn? 1.700. Komm dann. Wir werten euch mal alle auf. Dann ist das auch schon mal sehr gut. So. Was haben wir denn hier noch? Noch einen Uhrmacher? Nö. Wir brauchen jetzt gerade mal weiter nichts. Ich habe dich ja hier oben glaube ich schon errichtet. Sehr schön. Du brauchst dann noch mal die Kategorie. Dann wollen wir ja noch mehr haben. Und ich errichte das mal so. Sehr schön. Und gut. Das besitzt man noch nicht zu viel davon. Aber sehen wir gleich. Warte doch noch mal einen errichten müssen. Oder ob wir denn damit langsam in die richtige Richtung kommen. So. Hier mal noch eine Steinstraße. Hier noch eine Steinstraße. Und hier errichten wir noch eine Steinstraße. Uh. Dann erhöhen wir mal bei euch den Speed. Mal ein bisschen Goldproduktion hier erhöhen. Nee. Ich kann keine Leute weiter reinnehmen. So. Was sagt denn? Kriegen wir dann... Oh. Wir kriegen schon gefärbten Baumwollstoff. Jetzt ist nur die Frage. Weil wir gefärbten Baumwollstoff haben. Bringt mir das hier noch nicht viel. Ne. Weil ich habe nur diese Art. So. Wir erhöhen erst mal hier die Produktion. Woller könnt ihr genug nehmen. Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit nochmal. Machen wir auch gleich einmal fertig. Wir haben ja nicht schon genug. Ja. Es wird noch mehr dadurch. Kleidung. Luxusgut. Stufe 2 ist am einfachsten, wie es scheint. Die 3 ist jetzt gerade, wo ich gerade erst anfange. Und wo ich mir überlege, dann nochmal einen zu errichten. Das schauen wir aber dann. Hier die Produktion scheint mehr als gut zu sein. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch da oben das erforschen. Dann würde das soweit klappen. Medizintechnisch sieht es bei uns mehr als jetzt gut aus. Nahrung geht jetzt auch langsam hoch. Wenn noch einiges fehlt. Ja. Gut. Wir bekommen dieses Jahr aber Blaubeeren dazu. Das ist auch schon mal eine Kleinigkeit. So. Wir errichten hier mal ein paar Cent dazu. Mal eine Straße. Welches dann in diesem Bereich führt. Sehr schön. Hopp. Superb. So. Da bin ich immer gespannt. So. Weiter erhöhen. Nee, nicht pausieren. Erhöhen die Zeit. Hier bauen wir auch noch ein paar Blaubeeren an. Dann gucke ich mal, ob ich damit vielleicht auch noch ein bisschen die Nahrung erhöhe. Und dann werden wir dann mal weiter schauen. Ach ja. Schön, wenn das so läuft, ne? Ohne Probleme läuft es jetzt gerade. So. Was ich immer noch nicht weiß, ist... Okay. Jetzt geht das auch langsam hoch. Aber ich frage mich... Genau. 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 Wir besitzen eine ganze Menge Holz, ne? 30.000. Warum? So. Jetzt hole ich die Spielgeschichte mal auf Stufe 1 runter. Und Werder. Werder, Werder, Werder. Hier oben ist so langsam unsere Nahrungsproduktion. Ja, es tut mir leid, aber wir sitzen selber schon hart an der Grenze. Und wir müssen auch schon gucken, wie wir das mit der Nahrung langsam hinkriegen. Irgendwo müssen wir dann auch mal an uns selber denken. So. Wir werden dann mal mehr Pilze aufbauen. Und das ist ja auch, was wir ein bisschen vergessen haben. So. Wir machen jetzt erstmal eine intensive Fliege. Wir erhöhen es aufs Mittelalter, aufs Ausklärungszeitalter und aufs Industriezeitalter. Erhöhen hier noch das. Und dann bringen wir nochmal mal mehr Pilze. Oh, komm, das ist ein Zeichen. Wir brauchen noch eine Pilzfarme. Die dort zwar nicht hinpasst, aber die wir hier hinbauen könnten. Damit das so bleibt, machen wir das mal so rum. Ähm, nee, nicht ganz. Warte mal, da war jetzt ein kleiner, kleiner Fehler dabei. Und ich zerstöre mal ganz kurz den Weg hier. Ja, so. Das wollte ich eigentlich erreichen. Genau, danke. Und dann machen wir mal erstmal hier so den Weg noch rein. Das machen wir auch noch schnell bauen. Hier schnell bauen. Erhöhen wir mal fix. So. Ja. So, jetzt müsst ihr die Lagen auch noch ein bisschen hochpushen. Und hier scheint, reichen zwei Uhrmacher nicht. Die Leute wollen einfach Uhren haben, damit sie sehen, wie spät das ist. Dann würde ich sagen, wir errichten eine noch. Und wir errichten Nummer zwei noch. So. Noch zwei weitere Uhren machen. Und dann sollten wir uns auch langsam mal sagen, dass das reicht. Also bitte. Oh. Jetzt hat mir nur das, dass es daran liegt. Gut, warte mal. Warte mal, warte mal. Das könnten wir am besten machen. Wenn wir sagen. Sagen, sagen. Mal noch Glas. Habe ich aber noch genug, oder? Bevor ich jetzt hier so viele Uhren mal rein einknalle. Okay, vielleicht sollten wir nochmal wieder mehr die Glasproduktion erhöhen. Glas war ja... Stellt Glas aus Kohle und Sand her. Wie sieht es denn mit Sand aus? Ach du Holla, die Waldfee. Ja, ne? Dann könnten wir sagen, kommt, wir bauen noch eine Glashütte hin. Dann werden wir die Glasproduktion doch nochmal ein klein wenig erhöhen. Und die können wir hier unten dann nochmal ganz gut irgendwo produzieren. Ich finde schon einen Ort. Hier oben ist dann leider nicht so toll. Das ist dann hier doof, weil die sich da mit denen stören. Stören, stören, stören. Wenn er dahin passen würde, wäre das am schönsten. Aber passt leider nicht. Aber... Hier oben... Können wir noch ein bisschen rauslegen. 26.000, 25.000, so Leute. Ich brauche mal die jetzt ganz fix errichtet. Die beiden errichte ich einfach so. So. Genau. Dann haben wir nochmal eine Sandproduktion erhöht. Äh, Sandproduktion und Glasproduktion erhöht. Die beiden Uhnmachern machen wir dann noch. Damit war da rein. Und... Logistikbüro oder Liefer... Das ist nicht so etwas wie der Lieferdienst. Bibliothek, Logistik, International, Goldschmerzen, Lieferdienst. Lieferdienste, genau. Lieferdienste sind hier oben nämlich nicht vertreten. Die stören. Warte, wir haben da einen. Ja, na gut, wenn das so ist, dann... Ja. Der braucht 72. Also, der hat 72. Mensch. Dann ließen Sie bitte auch mal richtig. Gut. Na gut, wir haben jetzt sonst eigentlich alles da, ne? Wo wir verlieren jetzt, ja, wegen den Orangen. Da kriegen wir irgendwie nichts mehr rein. Und, äh, ja, müssen wir mal gucken. Wir kriegen jetzt keine Früchte. Aber unsere Pilze müssten jetzt sich ein bisschen erhöhen. Genau. Wir könnten dann auch nochmal anfangen, unsere Fischzufuhr mal zu erhöhen. Die haben wir, die sind ja seit Startbeginn, haben wir dieselbe Anzahl von Fischen, Fischerhütten. Das ist dann doch vielleicht mal... Ja, guck mal, hier oben könnte man sagen, dass wir vielleicht noch ein bisschen fischen dann. Das wäre eigentlich sehr passend. Und wenn es hinpasst, das ist ja jetzt natürlich auch nochmal die Frage. Ähm. Hm, 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 hm. Nehmen wir die Weichen auch wieder für eine... Lieber eine kleine Überproduktion, als wenn es zu knapp ist, weil jetzt die Nahrungsmittel, ja... Fauer auf 26.000 ist und wir aber nur eine Produktion von 22.000 haben, ist das schon ein Riesenunterschied. So. Ah, sehr gut. Bauen wir da eine hin. Da eine hin. Ich werde hier nicht errichten, ne? Gut, nur da. Da haben wir nur 74. Warum habe ich denn da so wenig? Hier habe ich eine sehr hohe Effizienz hier. Ich errichte das mitten im Wassergebiet drin. Oh, guck mal, hier sieht es noch ganz gut aus. Wenn ich es hier hin errichte... Hier hätte ich 114. Und hier habe ich 104. Okay. So, gut. Machen wir mal hier noch einen fixen Schnellbau. Hier einen fixen Schnellbau. Hier einen fixen Schnellbau. Gucken wir mal. Der sieht so aus. Der sieht so aus. Und... Ja, komm. So. Und dann errichten wir mal das. 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 Da saftige Köder draus. Profiangler. Und einen Arbeitsplatz. Mehr. Ja. Ja. Ach ja. 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 Sehr toll. Sehr toll. Sehr toll. So. Ich hoffe, dass wir jetzt in der nächsten Folge sehen können. Und dass wir dann die höherwertigen... ähm... Abend oder morgen. Je nachdem wann ich euch das Video angeschaut habe. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.